Hallo Leute, willkommen zurück Halo 3, wie ihr seht in Halo, wie heißt es, 5, ne, Infinite, wie heißt es aktuelle? Boah, gute Frage. Halo, Halo. War es nicht Infinite, war das doch mit, äh, davor? Das Infinite war davor, glaube ich, ja. Aber ich bin mir auch nicht mehr... Ne, das ist Infinite. Ist es? Ja, ziemlich sicher. Achso, ja, natürlich ist es, das ist klar. Äh, spielen aber eine Halo 3 Map, weil die so viel cooler sind. Wenigstens hat es sich auch nicht geholt. Aua. Wolltest du mich mal kurz nachladen? Ey, ey, ich habe die falschen Granaten drin. Wie wechselt man die überhaupt? Äh, das musst du einstellen. Ich glaube auf B oder so. Im Ausrad, oder? Kannst du die werfen, oder was meinst du? Oder wegwerfen, oder? Ne, die Granaten. Achso, ja, das wäre eben anders, habe ich manchmal das Gefühl. Hey, das ist... Oh ja. Das ist nicht authentisch, hier gab es immer einen Teleport. Ist doch belastend. Oh, der ist auf der anderen Seite. Oh, der ist auf der anderen Seite. So viel zu authentiziert. Ich komme mal hin. Ich weiß ja nicht, weil mir jemand schlägt. Ach, Mann, meine Steuerung hat sich irgendwie umgestellt. Ja, klar. Einer war noch übrig. Also, Ray, wir sollten recht schnell mal rausfinden, wo es die Spezialwaffen gibt. Ich weiß es nämlich nicht. Die sind die gelben Dinger da. Das sind die gelben Dinger, die das sind. Aber wo sind die? Ich komme ja nicht hin. Ah, eins tiefer. Ah, da kann man runter. Ich weiß aber auch gerade nicht, wo ich meine Granaten schmeißen kann. Ah, da, hier glaube ich, oder? Ah, ja. Was habe ich hier? Dich kenne ich nicht. Doch, ich kenne ich nicht. Ah, das ist die. Hä, wieso kann ich... Oh, Schild, was hast du für ein Schild? ...kann ich jetzt meine Waffe... Achso. Belastend. Danke, das war wichtig. Ja, das ist der andere auch noch da irgendwo. Hä, was war denn das denn? Mit dem Rausstürmen komme ich nicht. Klar. Oh, fuck. Irgendwie klappt das mit dem Waffenwechsel bei mir nicht. Leider. Oh, da sind es beide. Natürlich schlecht. Das sollten sie doch. Wann weißt du, wie man Granaten wechselt? Äh, B bei mir, aber ich habe das umgestellt. Natürlich. Warum fliege ich jetzt um? Ja, da hinten dran hatte ich noch, glaube ich, Gray hat noch auf dich geklappt. Hä, aber... Wieso kann ich die Waffe nicht aufnehmen? Nein. Ich kann die wegschmeißen, aber er nimmt sie nicht auf. Was ist das denn? Gedrückt halten. Vorher hat es geklappt, jetzt klappt es auf einmal nicht mehr. Keine Ahnung. Die Steuerung ist bei mir echt immer der Endgegen. Das ist bei mir aber auch der Fall. Wunderbar, doppeltes Handicap. Ich habe noch absolut gar nichts gemacht. Ich treffe mich wieder auf zwei. Oh nein, hinter uns. Ah, okay, ich habe es rausgefunden mit der Waffe. Ich bin dumm. Fahr mal einen, wollte ich wenigstens. Nein, ich habe noch rausgeguckt. Jetzt hat er noch einen Dings-Kranatwerfer. Oh Mann, hat er sich selber noch hochgejagt. Verdammt, das ist doch falsch. Ja, den habe ich noch hoch. Oh Mann, ey. Da hinten mal den. Wir sind beide bei mir, ey. Ja, ich bin komplett auf der anderen Seite gespawnt. Wenn halt da mit dem Raketenwerfer rum. Ja, genau. Ja, ich bin zu zweit unter anderem bei einem miesen Ding. Wir sollten auch, ja. Ja, okay, ich bin bei dir. Ja, keine Angst. Weiter mit dem, mit dem, äh. Äh. Verdammt. Ich will nicht, nein. Bin ich. Dein. Ach, ist doch kacke, Alter. Schade. Gehtssteuerung, ey. Mann, ey. Oh, dem Himmel verdammt. Deine Waffe mit Reichweite. Autsch. Ey, Mann, du. Okay, keine Ahnung, warum ich so viel Schaden kassier. Du hast, äh, erster Schuss war der Sniper. Und deswegen ist dein. Ja, aber ich habe dich doch auch mit der Sniper. Oh, das ist, oh, oh, oh. Ich hatte keine Shit. Meine Munition war alle. Da kommt einer mit einer Sonderwaffe. Das ist für deine Waffe. Oh, 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 da muss ich weg. Warte, ich bin mittendrin. Habe ihn getaggt. Super. Hm. Klingt nicht gut. Autsch, Autsch, Autsch. Ist das eine Granate? Ey, mein Schild war doch schon angeschlagen. Das zählt nicht. Zählt. Das zählt. Spezialgegenstände sind gleich da. Na, die kommen. Schlecht, das ist schlecht. Du hast dich selbst gekillt, irgendwie. Nee, die Schild sind alle hinter dich und nicht auf dich gegangen. Es ist halt einfach maximal dämlich. Ja, du weißt ja, die Laserpacer-Waffen sind nix. Nee, nee. Die, die, die Schattenffekte. Die Lichteffekte. Genau, oder wie war das? So jetzt, Ray, wo rennst du hin? Bei dir. Jupp. Alter, ich schieß zweimal mit dem Granatwerfer, äh, mit, mit, ähm, mit der Raketewerfer und er fällt nicht um, ey. Was ist das denn? Oh je. Quack, verwacht. Hä, der ist doch... Oh, ich sollte mal nachladen. Oh, da liegt doch der Rocket Launcher, willst du mich verhassen? Ja, ich wusste auch nicht, dass der da rumliegt. Irgendjemand hat ihn verloren. Ja, wenn der halt mit dem Scheiß-Superschild da kommt. Schade. Neu hin, vor wem? Vor wem? Vor wem? Vor wem? Ich krieg immer nur das Superschild. Warte mal kurz. Ich hab doch versucht, dir was anzuhelfen. Ah, so laufe ich da hin, okay. Nee, das gibt's doch nicht, man. Fällt aber auch nicht um, ihr. Oh, schieß. Ja, das ist gut und fair. So, die fallen einfach nicht um. Oh, von hinten. Belastend. Kommt der Nadler. Beide bei mir. Oh, ganz knicken, ey. Oh, der Zuperschild. Schade. Hab' ich nicht mehr machen können. Alter, ich dachte grad, wie viele Nadeln früste. Alle. Oh, der Zuperschild, natürlich. Ach, come on, ey. Kommt man denn? Ey, das zählt doch. Autsch, 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 autsch. Wie viele Superschilde gibt's denn auf der Map? Ich dachte, es gibt nur einen. Es gibt viele, viele Superwaffen hier, hab' ich das Gefühl. Belastend. Natürlich. Oh, Himmel, sei Dank. Eine Waffe mit Reichweite. Oh, der Nadler. Der haut jetzt grad rein. Scheiße, wieder in der Kacke rumgerannt. Hä, was ist das denn jetzt für eine Scheiß? Wie bin ich jetzt gestorben? Pascal war da. Genau, das ist die Antwort. Wieso bin ich grad gestorben? Pascal war da. Das will ich hören. Ja, nee, ich hab' zu früh geschlagen. Vor allem ist mir die Munition ausgegangen, warum auch immer. Eist, da geht's gar nicht durch, Ray. Ja, ich dachte auch, da geht's durch. Ich wollte auch grad'ne Granate hinschmeißen. Der Sniper natürlich. Ich will wieder den Superschild. Oh Mann, treff' ich nix damit, mit dem Scheiß. Du hast recht, diese Laserfacer-Scheiße. Naja, der gute alte Naden. Der musste, glaub' ich. Beide? Nein, scheiße. So schlecht sind wir nicht, Ray. Wir sind dran. Ich stelle mich aber irgendwie gefühlt richtig schlecht. Fuck. Oh, hin. Oh, da geht's ne Sackgasse. Sackt das doch einer. Ja, der trifft natürlich mit dem ersten Schuss. Willst du mich verarschen? Das ist normal. Weißt du, ich brauch' drei, vier Schüsse mit der Kackwaffe. Er macht's mit dem ersten, das ist klar. Schwupp. Wer war der Mensch? Ach komm's. Ja, er war gut getroffen. Ach komm, Paulus. Dann ist es halt auch direkt vor mir. Ja, das war vorher auch. Und was passiert? Dieses Exfilid hinterm Simon. Genau da. Ich glaub, das muss man einmal aufdotsen lassen, damit das gut wirkt. Naja, das war direkt auf ihn. Shit. Da war noch einer. Mann, zu langsam, ey. Oh, da kann ich mich aufregen. Oh shit. Daneben. Ah, daneben. Ach, ist ja immer so, dass es bei euch daneben geht. Und ihr macht irgendwie diesen Lucky Volltreffer One-Shot-Kill. Das ist echt zum Kotzen. Den da? Ja, genau das. Genau das. Es ist so ein Witz, Mann. Ey, ich seh grad niemanden. Mach's schon wieder den Superschild. Ja klar, der rennt wieder mit dem Raketenwerfer rum. Auf dem Schild gezockt. Ich weiß gar nicht, wo's den Raketenwerfer gibt. Unten in der Mitte. Ah, mittendrin, oder was? Naja, auf dieser, auf dieser Brücke. Boah, du Hund. Das war schlau. Das war schlau. Den lass ich dir. Ach. Ich lebe so gut an dir, Pascal. Ja, ja, ich hab auch's Gefühl. Nehmt er mir besonders gut. Was denn da unten schießt einer mit dem Gewehr? Schießgewehr. Schieß Eisen. Mann! Das mach ich jetzt auch mal, dem du mich so oft weggenadelt hast. Ja, der ist gut. Ja, natürlich. Nadel, Attacke. Ich nehm mich noch mit. Ja. Ich trenne mit dem Ding nix. Ich seh's. Ich hoffe einfach mal ein bisschen. Los jetzt. Nichts Waffe. Wahn. Belastend. Nein! Die Position war leer. Achtung, der kommt von links. Er hat's grad rüber gesprungen. Oh, ich treff halt gar nix. Ist richtig? Ja. Er hat totgepusht. Also den Superschild kriegt man gefühlt in jeder Runde, wenn man hinläuft. Alter, das gibt's nicht. Ich baller das Ganze im Magazin und fällt's nicht um. Das gibt's doch nicht. Welche Kombi? Superschild und die Spezialeffekte. Man, du... Warum kämpfe ich eigentlich immer gegen beide gleichzeitig? Das gibt's doch nicht. Wupp, wupp. Oh je, das war gar nicht mal so gut von mir. Von mir aber ist auch nix. Ja, gut. Mit den Kills kann ich leben. So schlecht waren wir nicht. Ich war schon schlecht. Irgendwann stand's mal 40, 39 oder sowas. Na denn? Knapp. Treffst du dich halt 50%? Stark. Nein, jetzt bin ich ganz raus. Oh, ich wollte so dran gucken. Ach, das ist eine letzte Partie. Das ist knapp. Warum? Was habe ich abgeliefert? 25, 27. Ich habe 36 Schuhe und 36 Abschüsse. Ich das? Ich habe 18, 29. Bei mir lief gar nicht. Aber es ist ein Suisse. Belastend. Okay, liebe Leute. Das Spiel ist abgeschmiert. Man wollte auf Face Statistik klicken und dann hat sich das Spiel gedacht, nee, 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 nee. Ja, das war so schlecht. Okay, weiß. Alles klar, liebe Leute. Das war's für diese Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.